Das Einzige, was man uns heute nicht vorwerfen kann, ist, dass wir bis zum Schluss alles gegeben haben und uns nicht verzofft haben. Wir haben nicht den Kopf in den Sand gesteckt, wir haben alles probiert, um nochmal den HSV ein bisschen zu reizen, aber es kam leider alles viel zu spät. Ja, wir hatten heute den HSV zu Gast, haben heute das erste Mal verloren, seitdem wir in die zweite Liga aufgestiegen sind und es war eine dumme Niederlage. Wir hatten am Anfang so viele Chancen und das muss man sich einfach anrechnen lassen. Wenn du so viele Chancen nicht nutzt, man muss dazu auch sagen, Heuer-Fernandes hat fantastisch gehalten, war für mich auch der Spieler des Spiels, auch beim HSV. Und es ist einfach so, wenn du deine Chancen nicht nutzt, dann hast du verloren und das ist nochmal so. Und der HSV hatte so ab der 25. Minute, haben sie immer besser reingefunden und haben dann auch, wir haben dieser Dombe oder Dombe, das ist so ein krasser Außenspieler, den haben wir nicht in den Griff gekriegt. Ja, und dann kam ja das, was kommen musste, Hamburg hat vielleicht zwei Chancen davor gehabt. Dombe flank rein, Glatzl, keiner fühlt sich für ihn zuständig wirklich. Ja, was soll den denn da machen? Glatzl darf man nicht zu frei stehen lassen, das ist wie Lewandowski, den darfst du einfach nicht frei stehen lassen. 0 zu 1 für Hamburg, ob verdient oder nicht, muss man ganz ehrlich sagen, der HSV, bessere Chancenverwertung und dann hat man es auch verdient, dass man in Führung geht. In der zweiten Halbzeit haben wir eigentlich weitergemacht, wir haben probiert und probiert, einfach das Tor zu schießen. Was passiert natürlich? Der HSV macht das 2 zu 0 durch eine Ecke, ja, toll und dann war es auch eigentlich schon durch. Das 2 zu 0 hat eigentlich alles wiedergespiegelt, wir kriegen den Ball nicht rein. Wir hatten, ich kam mir so vor, als wenn wir so, als wenn die Killer ängstlich waren, als wenn sie richtig Angst hatten, wenn sie vor den 16er kamen. So eine Phobie quasi. Das war dann ideenlos, einfach blöd draufgehauen und wenn mal was geklappt hat, dann hat wirklich Heuer Hernandez fantastisch gehalten, super pariert. Und der HSV dann noch mit dem 0 zu 3 und dann war ja spätestens sowieso der Deckel drauf durch Reiß. Super Einzelaktion, schönes Tor, braucht man nicht drüber zu reden. Was dann allerdings in der Nachspielzeit abgegangen ist, ja, da frage ich mich, warum denn nicht früher? Aber erst mal das 1 zu 3, war ein Eigentor. Gut, habe ich mir gedacht, ein bisschen Ergebniskosmetik, hört sich auch besser an als 0 zu 3. Als dann nicht mal eine Minute später durch Bartels, für den ich mich übrigens sehr, sehr freue, dass er das Tor geschossen hat, wird ihm gut von auch für die kommenden Spiele. Habe ich gedacht, warum denn jetzt erst, warum, warum fangt ihr jetzt an, die Tore zu schießen? Warum fangt ihr jetzt nochmal an, den Fußball, den ihr heute super gespielt habt, zu beenden? Warum macht ihr jetzt erst die Tore? Warum, wieso, weshalb? Der HSV wird sich jetzt ärgern, das ist Meckern auf hohem Niveau, wir haben noch zwei Tore kassiert. Es ist scheißegal, ob du besser bist oder schlechter. Das interessiert am Ende keinen Menschen. Wenn du die drei Punkte hast, bist du der Held. Ob du nun schlecht gespielt hast oder gut, Hauptsache du hast diese drei Punkte. Und der HSV hat es sich im Gesamten auch irgendwie verdient. Und 2 zu 3 hört sich zwar besser an als 0 zu 3, aber ich muss trotzdem sagen, dass es einfach scheiße ist, dass wir einfach unsere Chancen hätten früher nutzen müssen. Und ich hoffe sehr, dass wir das in den nächsten Spielen hinkriegen, denn ich glaube, wir haben heute gezeigt, dass wir es können, dass wir sehr, sehr gut Fußball spielen können und dass wir auch in die Top 5 der Liga gehören. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ja, und ciao.